Musik 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 Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Reihe Unterwegs mit Frank. Wir fahren heute auf dem höchsten mobilen Riesenrad der Welt. Viel Spaß! Musik Das City Star heißt das Riesenrad, den wir uns jetzt hier befinden. Und das Ganze bringt uns auf 70 Kilometer Höhe. Es gibt 48 geschlossene, voll klimatisierte Gondeln. Musik Musik Das Schöne ist, es gibt einen barrierefreien Zugang zu jeder Gondel. Theoretisch passen sechs Personen eine Gondel. Wir genießen die Fahrt gerade zu zweit. Musik Musik 288 Personen, wer richtig mitgerechnet hat, wieder aufgekommen sein, können insgesamt in diesem Fallgeschäft mitfahren. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und ich habe euch glaube ich noch gar nicht gesagt, wo das steht. Nämlich in Bad Dürkheim in der Pfalz. Wenn ich rauskriege, wie lange das noch hier steht, schreibe ich es euch. Ich würde mich freuen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ihr das heißt unterwegs mit Frank. Bis dann, viel Spaß. Tschüss, bleibt gesund.